Frühstück, finde ich, ist bei denen immer, das können wir besser hier im nördlicheren Teil von Deutschland, mit Hackepeter und allem drum und dran. Das ist ja ja nicht ganz so krass so gesehen. Aber ich sag mal so, allein schon zum Mittagessen dann schön, oder die Brotzeit, machst du da deine Oberstar, dazu gibst du dann noch ein bisschen Kartoffelsalat. Also, ey, sorry, das ist schon richtig geil. Das können die oder schöne Haxe und sowas. Jetzt kommt's, ich hab noch nie in meinem Leben Haxe gegessen. Noch nie. Dann müssen wir beide mal zum Bayern. Ganz ehrlich, es gibt so viel Bayern-Läden hier in Berlin. Da gehen wir hin und du isst eine Haxe. Ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Du warst in Bayern auf dem Wiesen, hast dir deinen Kopf zugeballert und hast dir noch nicht mal eine Haxe geholt. Was ist mit dir nicht richtig? Ja, ich hab auch noch nie Eisbein gegessen. Ja, Eisbein ist so relativ, weil das schon ein bisschen widerlich ist, wenn da das Fett dran wabbeln. Aber eine Haxe, da ist das Fett richtig knusprig und dann ist das, Axel, wir gehen hier zum Bayern, das verspreche ich dir. Und wenn wir hier in Potsdam, Potsdam gibt's nämlich, glaube ich, in Augustiner oder so, kommst du nach Potsdam und dann gehen wir da essen. Da kriegst du auch dein Maß Bier, was du haben möchtest und dann kippst die jetzt einfach weg. Was ich mir verdient habe. Ja. Was ja auch nicht schwierig war. Machen wir sehr gerne, können wir wirklich mal machen. Und genau, deswegen auf Platz 3 wäre bei mir auch gewesen die Kulinarik an und für sich, da sind wir uns, glaube ich, einig. Und dann und 2 2 3